Marius Rillebrand und mit dem weißen Helm René Dettens, da werden die Plätze getauscht. René Dettens innen und Marius Rillebrand an der dritten Startposition. Walle Grubauer ganz außen und für Leon Hansen bleibt die zweite Startbox von innen. Ja, ich hab's gesagt, 29 zu 21. Ja, es bleibt bei diesem Sicherheitsabstand, sag ich mal. So, wir gucken, ob Leon Hansen und Walle Grubauer vielleicht jetzt einen weiteren entscheidenden Stich setzen können. Zum Teil WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR